Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Trouble in Terrorist Town. Heute mit dabei Vita Wolf, Horchi, Dardosh, Krabs, Dalu, Wolfskin, und Ralf. Scheiße. Ja, es ist ein Fehler passiert. Horchi ist Traitor, Horchi ist Traitor. Ich glaube, es ist Grants, Leute. Nein, nein, ich bin der einzige Inno, ich bin der einzige Inno. Was? Ob wir den verlösen können? Vorsicht, nicht! Ich glaube, es ist Grants. Ich weiß es nicht, 20% ist doch eigentlich, weißt du, das kann doch nicht so viel. Ich fand's okay. War spannend. Alle haben eine Grappling-Wug, außer du, aber du musst nur 10% einstellen. Ich will ja 2. Achso, ja doch, dann ist richtig. Ja, hat man ja gerade gesehen. Vielleicht hast du aus Versehen 2 eingegeben, anstatt 0.2. War doch okay. Oh, das, äh, da haben wir anzählen. Oh, warte. Hat er denn schon wieder. Wie viel Zeit hab ich noch? Nein, 0 bis 20. So. 0 bis 20. 0 bis 20 Detectives. Ey, jetzt sterben, es ist schon wieder Dardosh. Grenzen, Grenzen. Ich dachte gerade schon, ich bin Detective geworden, dachte, der hat alles in Detective. Ich hab ein Spül. Dann, äh, Horchis, äh. Jetzt haben wir mal nur einen Detektiv. Ey! Hier wurde wahrscheinlich einer erschossen. Hast du mich schon wieder schattet? Nein! Junge, der ist gegen die Wand, weil du den angeschossen hast. Was ist hier los? Hallo, hallo, hallo. Der hat mich angeschossen. Was ist hier los? Was ist hier in der Cover los? Da gibt's schon wieder Stress. Der hat meinen Stuhl angeschossen, der ist dann gegen die Wand, hat ihn getroffen. Discompulator. Das ist ne Heilige! Er ist ne Heilige! Ey, stopp! Stopp! Er hat mich, er hat mich angeschossen. Ich such ihn. Ja, dann hau mal ab. Er war Traitor! Ah! Okay. Nice. Wer ist Traitor? Granz war Traitor. Da war ein ganz billiger Move von dir, Granz. War aber knapp. Oh nein, oh Gott. Okay, also, kannst du noch Dadas sein? Hi, Dadas! Ich hab nen Traitor gekillt. Ja, und ich war mit Danu da im Raum. Ja, das stimmt auch. War Dadasch? Dann kannst du eigentlich nur Krabs sein, oder er ist noch am Leben. Ja, Wolfsken. Ich bin noch am Leben, Krabs. Ist du gerade im Shop, Wolfskin? Und warum kannst du's nicht sein, Wolfskin? Weil ich weiß nicht, dass hier bei mir links unten es entsteht. Wolfskin ist der andere, Leute. Ab den Fall gelöst. Aua, ey, was soll das? Erschießt. Du bist ja Detective von Nasenbett, ich will dich nicht erschießen. Jetzt fang mal auf, mich zu prügeln. Ich meine nicht, dass ich prügeln nicht gern hätte oder so, aber... Ah, ich bin runtergefallen. Wie, du bist runtergefallen? Ralf, glaube ich, auch. Nee, ich auch nicht. Nee, ich bin hier oben. Die Zuschauer haben mich gewundert, warum ich keine Waffen drin habe. Ich habe selber keine Ahnung. Ja, ich habe Counter-Strike's House auch nicht deinstalliert. Ah, Dardosch, ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Aber du sagst, du warst mit Dardos zusammen, ne? Das stimmt Wolfskin. Dardos bist du tot? Ja, der ist runtergefallen. Oh, irgendwas war da gerade. Was war da gerade? Ich habe Krabs getötet, der war im Trader-Menü. Okay, dann identifizieren. Scheiße, wat? Das heißt, du bist der... Ralf, ja, Ralf. Nee, ich bin Inno, das war... Such den und töte den. Natürlich. Krabs, Mann. Gern geschehen. Ralf, das ist doch noch kein Schwach. Ja, er schießt mich schon, okay. Oh Gott, ey, was für dieses Schwitzbiss. Ich habe schon ein altes gelernt, dass ich das nicht darf, aber ich vertraue ihm wieder. Das Ding ist, das könnte natürlich... Guck mal, da steht Dardosch, da steht Ralf. Warte mal, wer lebt denn noch? Da steht... Hä? Witter, Wolf, du kleiner Ratte, du. Komm, red mit uns. Sprich mit uns, Witter. Hallo? Ach stimmt. Wo bist du? Entschuldigung, ich war gemutet. Ich rede die ganze Zeit. Äh, ja, ja, klar. Äh, klar. Lol. War das die Bombe, or what? Ja, das war eine Bombe. Äh, Vita hat uns nicht erwischt. Und jetzt? Wo ist denn der? Warte mal, die hat aber... Hey, Detective, du kannst ihn doch sehen. Per Radar. Hast du Radar gekauft? Unser Detective ist tot, glaube ich. Nein. Ähm. Ernsthaft? Glaube ich. Wie konnte denn das passieren? Narf. Okay, äh, Vita wird jetzt 1 KM weg gesnackt, hab ich gehört. Ich find's total abgefahren, dass, dass Craps inno war, weil ich hab das original gesehen. Ich glaub, entweder mein Spiel ist total verbuggt, weil ich keine Waffen hab und der Typ und Craps gerade im Menü war. Ich schnall's echt nicht her. Wie kannst du denn sehen, wenn jemand im Menü ist? Ah, ich bin nicht im Menü. Zack. Craps, sorry, Mann. Du kannst du eigentlich nicht sehen, wenn jemand im Menü ist. Er kann auch einfach keine Waffe in der Hand haben. Ich hatte ja sogar ne Waffe. Ne, stimmt gar nicht. Ich hatte gerade keine, weil ich meine, es ist ein bisschen. smoke runnet von meinen Füßen geworfen hat. Ja, genau, dann sieht es nämlich genauso aus. Der hat meinen smoke runnet von den Füßen geworfen, weil er wieder im Aus war und dann Patz. Und als du mich verdächtig hast, hab ich nur auf Tab gedrückt, um zu gucken, wer noch lebt zum Beispiel. Also ich muss echt, ich dachte, dass wir, dass die, na keine Ahnung, ich führ einfach auf zu denken und schieß nicht mehr. Ein echtes Wolfsge, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Wollen sich täuschen. Ja, bist du schon wieder. Nein. Ich glaube, ich war gerade ein bisschen Brain AFK, ich hab einfach den Weg zu euch nicht gefunden, deswegen hab ich auch nicht geredet. Also ganz leer weg. Dardosch geht er weg. Ey, du kannst doch nicht runterwerfen. Ich brauch das vielleicht noch. Allein mit Ralf. Ich hab keine Diegel. Dieter Wolf, hast du ne Diegel? Nein. Dann machen wir das, dann ist die Runde sicher. So oder so, für dich schon. Ich glaube, Ralf ist tot. Ach du, ich will das. Nein, das hab ich vorher entsorgt. Ha, hier ist Ralf. Was macht ihr da? Was kommst du denn hier rein, du Peller? Ich dachte, da hatte ich jemanden erschossen. Ne, ich leb noch, alles gut. Hallo. Ralf, gib mir die Diegel, wenn du inno bist. Mir spankt echt alles abgerade. Gib mir die Diegel, wenn du inno bist. Nein, Mann. Detektiv sagt ihm, er soll mir die Diegel geben, wenn er inno ist. Wo ist denn die Detektiv überhaupt? Welcher von beiden? Versuch mit dem Enterhaken. Im 2? Ja, ja, 2 ist ja mein erster Enterhaken. Ich muss ja gerade mal ein bisschen ausziehen. Okay, aber warte mal, wer ist denn das jetzt? Wie geht das, mit Rechtsklick oder mit Linksklick? Spring runter und versuch's. Dalu und wer sind dann Detektiv jetzt? Ich bin Vito. Achso. Ah, Vito ist auch hier. Ich bin schon bei Detektiv. Sie ist komm zu late. Ey! Da! Dalu lebt noch. Nein! Und Dalu hat sie auch geworfen. Vito ist tot, er wurde durch... Ich hab die Bombe geworfen oder am Hals. Vito liegt hier. Was ist denn hier passiert? Hier. Detektiv, okay. Er hat die, ähm, Dalu hat die... Vom Detektiv, Vom Detektiv, Leute. Ey! Warte! Hoch hat mich hier, Horch hat mich angeschossen. Ich bin Detektiv. Ja, aber warum schießt ihr auf mich? Hab ich... Hab ich doch nicht. Oh, war noch eine Bombe? Ich glaube, es ist Grenz und Ralf. Grenz und Ralf sind's, glaube ich. Grenz, Grenz ist hier. Okay, Wolfskin ist es! Ich hab Grenz erledigt. Wow, shit, ey. Ralf ist es. Ralf hat geschossen. Nein, es ist Wolfskin. Wolfskin ist es auf jeden Fall. Jetzt ist alle, oder was? Oh, oh. Ich übernehme, Dardosch. Er ist down. Fuck. Gibst du mir jetzt die Diegel? Der hört mich vor, der Ralf. Hast du ja Dalu angeschossen, einfach? Ja, ich muss... Wo hab ich jetzt die zweite Diegel her? Von ihm wahrscheinlich. Okay, das kann sein. Da schießt du da wo? Mal runtergehen. Ja, was kann. Den Enderhaken. Okay, normal. Aus Fenster geflogen. Die Waffe ist so ugly, ey. Oh, geil, was Pfefferbrot. Ich hab übrigens auf dich geschossen, als du da gekrabbelt bist. Ja, ne, einer hat mich unten an der Scheibe angeschossen. Achso. Warum? Juhu. Aber just for fun. Mann, keine Random Kids, man ist es out. Ich hab dich auch nicht getötet, oder? Er hat dich nur auf einen runtergeschossen. Schießt dich jetzt auch immer runter. Und es ist ja kein Rennen. So verbirnt ohne Waffe in der Hand, ich sag's euch. Glaube ich. Oh, ja. Ich hab immer nur so ne komische Hand, so ne Krüppelhand, die ich mir da hochhalte. Hallo. Aber klingt ja wirklich so, als wenn ihr die Counter-Strike Models gelöscht hast. Ne, aber ich hab warum soll ich die Counter-Strike Models löschen? Was ist das für ein Plan? Was machst du denn heute rein? Ihr allein mit Horchie? Vielleicht, weil der kein Detektiv war. Erst und wieder. Erst und wieder. Euer Ernst? Ich bin jetzt drei Runden für Detektiv gewesen. Das gibt's doch nicht. Detektiv Trader. Kann man dir wenigstens vertrauen. Darosch, Detektiv, hier rum. Das ist irgendwie so ein Aufnahmeritual. Ein Hinweis, ein Hinweis. Da liegt ein Hinweis, Leute. Nehmt den auf. Hebt den Hinweis auf. Der liegt ja genau an der Kante. Der Hinweis liegt an der Ecke. Ganz am Rand. Ich glaub, man sieht ihn. Der Hinweis liegt an der Kante von oben. Vorsicht. Heilige. Heilige. Ich mach das Fass jetzt weg. Nur damit man wieder nach unten gehen kann. Was passiert? Na Heilige geschmissen. Wir gehen runter. Wollt ich gerade hochkommen. Oh, Dalu, hast du eigentlich so ein Diegel? Wer ist das? Die haben ein Diegel. Der hat der Stock, glaub ich. Da, wo es raucht. Bogengranate. Die Vita ist hier eben rumgelaufen. Räucherparty. Dalu, bist du die Tektiv? Nein, ich bin ein Traitor. Was ist das? Das ist ein Räucherparty. Dalu hat gesagt, erstes... Oh, hier. Alter, Craps hat hier jemand runtergeschubst. Das war Dalu. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ich hab eine Smoke geworfen. Alter, wehe. Ihr schubst mir auch. Nein, ich glaube, es ist Craps. Die Smoke liegt im Hausflur. Nein. Die Smoke liegt im Hausflur. Nein, die Smoke von mir liegt im Hausflur, die ich geworfen habe. Ralf verfolgt mich mit der Shutgun. Nein, der ist schnell weggewandt. Doch, ihr raucht es doch. Guck da mal genau hin. Überall. Damit kommentieren. Hier. Willst du mich verarschen? Du stehst hier direkt im Rauch. Nimm doch mal einen Zug. Beruhig dich. Ey, bei mir ist da alles voll. Ohne Witz, Dardosch. Dann siehst du den Rauch nicht. Hier. Oh, noch eins. Das war Dingens jetzt. Er hat es angekündigt sogar. Wer? Ja, das war Dingens jetzt. Wer? Dingens. Wer ist hier noch? Wer ist hier noch? Grabs ist hier noch? Er hat mir vorhin gesagt, dass hier eine Bombe irgendwo liegt. Gangs, Daniel. Willkommen wollt. Ich geh, ach okay, Grabs geht da hoch. Dardo fällt sich auf den 3 Verdächtigen, oder? Ich bin es. Parken. Ja, dann mach ich wieder einen Inno-Kill hier. Oh, crap. Na, ihr Traitor, Penner. Er ist jetzt noch rüber. Ja, wollt's denn? Ja, Ralf. Du bist doch Traitor. Ja, doch, natürlich bist du es. Nicht so richtig. Glaubt ihr nicht. Das Ding ist, wer lebt außer uns noch, ist die Frage. Da, du bist dann. Vermute ich mal, ja. Er lebt bestimmt irgendwo zu viel, oder so. Hey, Grenz. Okay, Ralf, ist es. Grenz da? Ralf hat auf mich geschossen, ohne Begründung. Ja, weil ich hey, Grenz gesagt hab. Da außen ist da, du noch. Das ist der Einzige, die dieses Dinget da benutzt. Das Problem ist, mein Kumpel ist schon tot und ihr seid noch zu dritt. Das ist natürlich ein großes Problem. Ja, ich find das auch, weil... Ich hab nur noch 38. Oh Gott. Ah, ich hasse dich, Daniel. War das dein Disco? Ja, ja, natürlich. Hat die Heilige Krabs getötet? Das gibt's nicht. Ey, aber Dadusch, hast du die Smoke im Haus, wo wirklich nicht gesehen war? Doch, bei mir schon. Klar, das hat total gesmogt. In meiner Welt war da eine. Ja, bei Dadusch nicht, weil er den ausgemalt hat, 16-Bit. Wurde Krabs von der Heiligen erwischt, oder? Nein. Nee, schade. Krabs hab ich erschossen oben. Er hat mir aber gut mitgenommen, ey. Hab ich fast gehabt. Ja, Ralf mich ja auch. Aber dann hat er zum Glück aufgehört. Ja, ich war nicht sicher, weil ich wusste nicht, ob ich noch zu zweit oder zu dritt sind. Und ich wusste, dass es wieder, glaub ich, war es nicht. Weil ich das im Urin hab. Oh, ist er mit und mich im Urin? Hier ist wieder jemand. Horch, hier ist kein Detective. Ich glaub, er ist die Small Traitor. Ich bin auf dem Dach als Detective, Mann. Das Explosive-Fass ist weg. Hier, schenk dir was. Detective, ey, geh weg. Schenk dir was. Schenk dir was. Oh, da ist ein Siebe-Fass. Alter, hau ab. Gramps, jetzt drück ab. Benutz die Chance. Erstmal kaputt. Oh. Ich war das nicht. Ich rennte hier die ganze Zeit mit dem Ding vor der Nase. Ralf ist Detective-Trader. Ralf hat den Medikin und hat's weggeworfen. Ja, das war keine Absicht. Hier, weil ich geb's dir zurück, Ralf. Hier ist er. Wer ist es? Der ist mit E auf. Mit E. Du musst draufziehen. Dadosh, wer flieht hier? Wulvskin flieht vor mir. Sehr auffällig. Ich fliehe allerdings vor allen hier. Nein, das kommen ja auch alle. Gramps, geht da bitte weg. Da kommen sie alle, ey. Pass auf, Darlow hat ne Diegel, ne? Nur zur Info. Oh nein. Wo wurde geschossen? Ja, eine Innocent-Diegel. Ich bin der Detective, der Ralf. Horch, hier hat hier ne neue Waffe aufgesammelt. Ich glaub, er hat die Shotgun schon benutzt gehabt. Den Newton-Launcher? Nö, noch nicht. Die ist leer. Wow! Oh, da ist Darlow, alles klar. Wulvskin ist es. Wieso bin ich das jetzt? Da ist es da. Irgendjemand hat hier gerade rumgef- Krabs, häng dich rein. Der Gang hier ist auch verbuggt. Scheiße. Wir machen da einen Abgang. Warum soll der verbuggt sein? Ich häng fest. Vielleicht bist du verbuggt. Was? Vielleicht bist du verbuggt. Vorsicht, könnte ne Brand sein. Ich hab nicht drauf geachtet. Ja, toll, in die Küche hier. Ja, jemand hat echt die Brandgranate. Wer hat das gerade gesagt? Was? Da ist Ralf. Da, du hast Hunger. Da, das war's. Nicht die Bananen. Wer immer das gesagt hat, der war bestimmt inno. Brandgranate im Treppenhaus. Ja, die wurde nach mir geschmissen. Nee. Wulvskin, Wulvskin schießt auf Milch. Ich bin der Detective, Wulvskin schießt auf... Okay, Wulvskin ist es. Mach den Pferd. Muss ich ja kurz den Abgang machen. Wuh. Boah. Holy shit, Alter, Junge. Steckt mir das Ding hier so nicht mehr in den Kopf. Lebt noch irgendwer außerdem. Wer ist das? Ist das ein Detective oder ein Traitor? Ja, das bin ich. Das war ich. Man kann durch die Scheibe, kann man nicht durchgucken. Ja, warte. Hier wird geschossen. Oh, danke. Ja, ich hab die Scheibe noch auf. Hörfe ist oben. Ja. Alle sind oben. Aber ich weiß, ich hab... Ja, wohin laufe ist. Boah, Hilfe. Wenn die unten ist, ist es Grenz. Wenn ich jetzt ne Bombe finde, ist es Grenz. Was machst du da, Wulvskin? Wulvskin ist es, ich bin der Typ. Und Dalu ist nach unten gegangen. Was haben wir doch gesagt, dass Wulvskin ist es. Dalu ist nach unten gegangen. Hebt noch jemand? Ja, ich bin noch am Heim. Ja, noch. Hier liegt Dalu's Leiche. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Grenz ist der zweite Traitor. Wer ist der erste? Wulvskin. Au. Grenz ist an der Bombe gestorben. Ja, da, äh, äh, Wulvskin hatte leider auch noch einige gelegt. Ähm. Also warte, weiter Traitor. Grenz, Wulvskin. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.